Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut bei Tweak PC. Heute bei uns der 220 Euro Budget Gaming PC aus Gebrauchteilen 2020 von Tweak PC. Da der 100 Euro PC letztes Jahr so gut bei euch ankam, dachten wir, wir machen das dieses Jahr einfach nochmal, erhöhen allerdings ein bisschen das Budget und schauen mal, was wir da alles so eingebaut bekommen. Fokus von uns lag dieses Jahr auch nicht nur darauf, was möglichst günstiges zusammenzubauen, sondern das Ganze sollte auch eine etwas längere Kompatibilität haben. Daher sind wir da schlussendlich dann beim AM4-Sockel von AMD gelandet. Da habt ihr nämlich mit diesem Mainboard, was wir hier eingebaut haben, die Möglichkeit auch später auf fettere CPUs zu upgraden. Das Board unterstützt sämtliche Ryzen 3000 CPUs, also ihr könnt da hochgehen bis zum 16 Kerner. Ihr könnt entsprechend dank des Gehäuses auch vielleicht eine fettere GPU einbauen und entsprechend dann unten auch ein etwas größeres Netzteil. Ja, wir sind schlussendlich dann so bei 223 Euro. 224 Euro waren es, glaube ich, genau gelandet. Das ist ein mehr als ordentlicher Preis für einen Computer, der auch noch ein bisschen, wie ihr seht, RGB-Beleuchtung mit dabei hat. Ich stelle euch jetzt wie immer einfach die einzelnen Komponenten vor, sage euch, was die gekostet haben, ein paar interessante Features, wo wir darauf geachtet haben oder wo wir vielleicht haben auch Abstriche machen müssen aufgrund des Preises und da würde ich sagen, legen wir los. Wir fangen mit dem Herzstück des Computers an. Das ist ganz klar der Prozessor. Wir setzen hier auf einen Ryzen 3 1200. Den haben wir für 25 Euro inklusive Versand. Er steigert das Ganze sogar mit OVP und dann dem beiliegenden Boxlüfter. Das hat einen großen Vorteil. Die kleine CPU lässt sich damit problemlos kühlen und wir haben auch schon wieder ein bisschen Geld gespart, indem wir keinen zusätzlichen CPU-Kühler ausgegeben haben. Kleiner Quad-Core, wie angesprochen, sollte für die meisten Dinge heutzutage noch so halbwegs ausreichen. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Ding dann entsprechend ein bisschen zu übertakten, wenn ihr das machen möchtet. Aber wie angesprochen, habt ihr mit dem Mainboard, was ich euch gleich vorstelle, die Möglichkeit, natürlich auch fetterer CPUs einzubauen. Sprich, wenn ihr irgendwann aufrüsten wollt, auf einen 6-Kerner, 8-Kerner, 12-Kerner, 16-Kerner, ist das mit dem Board hier zumindest jetzt in den Ryzen 2000 und 3000er Serien überhaupt kein Problem. Dem zur Seite stehen hier in unserem Budget-Bild bis jetzt 8 GB Arbeitsspeicher. 2 Slots hat das Board. Ihr könnt ihn also theoretisch auch noch aufbohren. Maximal werden da 32 GB unterstützt. Ist ein 8 GB-Regel aus dem Hause Crucial mit 2400 MHz. Aus der schicken Ballistik-Serie das Ganze in Grau gehalten und den haben wir für 16 Euro erhalten. Beim Board haben wir dann auf ein A320 Mainboard gesetzt. Wir haben natürlich ein bisschen rumgeschaut, wo gibt es denn sowas günstig. Die bekommt ihr neu schon zu einem relativen Spottpreis. Wenn ihr allerdings auch noch auf ein paar Sachen verzichten könnt, in unserem Fall war das die ATX-Blende, die war da nicht dabei, haben wir für das A320 MA Pro aus dem Hause MSI sage und schreibe 24 Euro bezahlt. Da kann man echt nicht nörgeln. Ist ein schickes kleines Board, hat alles was man braucht. PC-Express 3.0, zwei DDR4-Speicher-Slots für bis zu 32 GB. Ihr könnt CPUs einbauen mit einer maximalen TDP von 105 Watt, sprich auch die größeren Ryzen 3000er laufen auf dem Board. Manchmal natürlich erst nach einem BIOS-Update und auch auf dem ATX-Ausgang hinten habt ihr alles, was man so braucht. USB 3.0, LAN-Anschluss und auch noch einen HDMI-Ausgang. Also auch wenn ihr eine APU betreiben möchtet, könnt ihr das mit dem Teil problemlos machen. Da wir mit dem PC natürlich ganz klar spielen wollten und vor allen Dingen auch neuere Spiele in 1080p, halbwegs flüssig, auch gerne mit Abstrichen, haben wir uns umgesehen. Also was solltet ihr für eine GPU rein? Und dann sind wir schlussendlich bei einer RX 470 gelandet. Wenn ihr euch ein bisschen umseht auf Ebay oder auch in diversen Foremen, da werden die Teile zum Teil wirklich, man kann es schon sagen, rausgehauen. Wir haben für unsere hier 60 Euro bezahlt, ist eine RX 470 Gaming X4G aus dem Hause MSI. Mit einem sehr leisem Custom-Kühler, also auch eine ziemlich coole Sache. Zwar nur 4 GB Video-Speicher, sollte allerdings für unseren Budget-PC und für die sonstigen Belange mehr als ausreichen. Wenn ihr hier natürlich ein bisschen mehr Kohle in die Hand nehmt, dann könnt ihr euch auch entsprechend dann eine fettere GPU da ganz problemlos einbauen. Wer spielen möchte, braucht nicht nur CPU, GPU und ein bisschen Arbeitsspeicher, sondern auch noch natürlich entsprechend den Datenspeicher. Wir setzen hier auf eine Mischung bei unserem Budget-PC aus einer HDD als auch aus einer SATA-SSD. SSD ist aus dem Hause A-Data, 240 GB an Kapazität, nichts Besonderes, auch nicht sonderlich schnell im Vergleich jetzt zu waschechten Hain-SSDs. Tut allerdings ihren Zweck und ist deutlich spürbar schneller als eine alte HDD. Haben wir für 14 Euro erhalten und es gibt auch noch ein kleines Datengrab dazu, nämlich eine Samsung 400 GB HDD mit 7200 Umdrehungen. Dafür haben wir 5 Euro bezahlt, also sind wir bei den Datenträgern insgesamt dann bei 19 Euro gelandet. Und das ist unserer Meinung nach für so einen Budget-PC erstmal mehr als ausreichend. Mehr geht natürlich immer. Damit die ganze Kiste natürlich auch entsprechend läuft, braucht ihr auch noch ein halbwegs ordentliches Netzteil. Dafür haben wir 25 Euro ausgegeben und das kommt aus dem Hause Xilence, bietet 500 Watt. Wir haben einen 8-Pin-PC-Express-Stromstecker und entsprechend auch noch zwei Stränge für SATA- und Molex-Laufwerke. Das ist für den Budget-PC mehr als ausreichend. Und ihr habt auch noch ein bisschen Reserven, falls ihr doch mal ein bisschen vielleicht noch an der Taktschraube drehen möchtet. Auch bei der Außenhaut haben wir uns ein bisschen Gedanken dieses Jahr gemacht. Was soll es sein? Schick, dezent, Hartglas, kein Hartglas, Seitenteil, RGB-Beleuchtung und so weiter und so fort. Schlussendlich sind wir beim Co-Link Observatory gelandet. Das läuft ja auch schon, wie ihr uns schwer erkennen könnt, die ganze Zeit neben uns. 46 Euro haben wir dafür ausgegeben und ist in einem wirklich sehr guten Zustand gewesen. Vorteil an diesem Gehäuse, worauf wir auch geachtet haben, es sind schon vier RGB-Lüfter vorinstalliert. Die könnt ihr auch entsprechend dann per Taster steuern. Oder ihr könnt es auch ausmachen, wenn es euch auf den Geist geht. Leider kann man die Lüfter damit nicht regeln, das ist ein kleiner Negativpunkt. Allerdings für den Preis kann man da nicht meckern. Es passen große GPUs rein, größere Kühler, ein langes Netzteil ist auch nicht das Thema. Und ihr habt auch noch Platz für einige Laufwerke und zudem eben eine schicke RGB-Beleuchtung. Neben den ganzen Komponenten, die natürlich auch noch ein bisschen schick aussehen sollen, braucht man dann entsprechend auch noch eine Windows-Lizenz. Wir haben uns da wieder eine günstige Windows 7 Pro-Lizenz ersteigert. Das Ganze für 10 Euro und hat problemlos beim Aktivieren mit Windows 10 funktioniert. Da viele von euch immer fragen, hey, cooles Projekt, aber wo kann ich denn den PC jetzt kaufen? Daher von uns die Anmerkung hier, den PC, wie er hier steht, den könnt ihr nicht als Komplett-PC kaufen. Der ist nämlich von uns selbst zusammengestellt worden. Ihr könnt euch ihn allerdings nachbauen, wenn ihr das machen möchtet. Die genaue Auflistung der Teile und was wir dafür ausgegeben haben, findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch nochmal entsprechend jedes Teil selbst nachgoogeln, was es so kann, wofür es gut ist oder ob ihr vielleicht da ein bisschen upgraden möchtet. Auch noch eine Anmerkung von uns, wenn ihr nach Gebrauchteilen sucht, informiert euch unbedingt richtig und klärt ab. Ist alles dabei, funktioniert das Teil auch so, wie es soll. Stört euch vielleicht, dass zum Beispiel bei dem Mainboard keine ATX-Plane dabei ist, dann nehmt lieber ein anderes. Und auch ansonsten, seid lieber sicher, gebt vielleicht ein paar Euro mehr aus, wenn ihr euch da nicht sicher seid, bei Gebraucht waren. Denn dann habt ihr einfach länger Spaß, auch vielleicht mit so einem Bastelprojekt. Kommen wir zum interessanten Part, nämlich den Gaming Benchmarks. Wir haben uns eine Handvoll Spiele ausgesucht und mal geschaut, was kann man denn mit dieser Kiste hier 2020 noch so anstellen in 1080p. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Das waren also die Benchmarks zu unserem Budget Gaming PC 2020 von Tweak PC. Und wie ihr gesehen habt, muss man nicht unbedingt immer ein mordsriesiges Budget in die Hand nehmen, um einen halbwegs passablen Gaming PC zu erhalten. Das ganze Projekt hier ist natürlich vor allen Dingen für Leute interessant, die nicht viel Geld ausgeben möchten oder können. Und entsprechend auch vielleicht ein bisschen, nennen wir es Frustresistenz hin, was niedrigere Grafikdetails als auch Verzicht auf Bildverbesserungen anbelangt. Oder vielleicht auch sogar je nach Spiel und FPS, was ihr euch vorstellt, auch in 720p glücklich werden. Denn dann ist so ein Budget PC wirklich eine ordentliche Sache, wo man auch absolut nichts falsch machen kann. Wie ihr ja auch jetzt bei uns gesehen habt, auch neuere Titel kann man damit relativ problemlos spielen. Das ist natürlich immer abhängig, was man selbst für persönliche Ansprüche hat, auch was die Bildwiederholrate anbelangt. Nichtsdestotrotz war wieder ein sehr interessantes Projekt, auch mit dem Fokus von uns natürlich darauf, dass wir den PC auch noch, was weiß ich, in ein, zwei Jahren weiter benutzen können. Indem wir vielleicht einen neuen Prozessor reinmachen, noch eine schnellere GPU oder vielleicht auch mal das Netzteil austauschen, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher rein. Da sind euch selbst ja keine Grenzen gesetzt und aufgrund dieser Anforderungen sind wir schlussendlich dann auch bei der AM4-Plattform aus dem Hause AMD gelandet. Habt ihr Fragen zum Video, zum Thema, generell zu Budget-PCs, wo finde ich gute Gebrauchteile, wie sieht es mit meinem PC-Bild aus, ich weiß noch nicht, was ich da einbauen soll. All diese Fragen, was ihr sonst auf dem Herzen habt, packt das unten gerne in die Kommentarfunktion und wir schauen da natürlich, dass wir euch da schnellstmöglich antworten. Ja, mir bleibt noch zu sagen, ich bin der Jan, wieder recht herzlichen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt und ihr wisst, wenn euch unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns sehr über einen Daumen, über einen Abo und wenn ihr natürlich auch die Glocke aktiviert, denn dafür passt ihr keines mehr unserer Videos bei Trick-PC und dann sehen wir uns auch im nächsten Video gleich wieder.